Also, ganz offiziell, hallo und herzlich willkommen. Sie sehen hier eine Umfrage. Nehmen Sie da gerne schon mal teil. Ich sehe, 62 Prozent von Ihnen haben schon mal abgestimmt. Über welche GIS-Kenntnisse verfügen Sie? Genau, wir sind ganz gespannt, was da gleich bei rauskommt. Aber jetzt möchte ich mich erst mal vorstellen. Bea Pessler vom Haus des Stiftens. Die eine oder andere Person kennt mich sicherlich schon. Und Sie sehen sie jetzt nicht, aber gleich werden Sie auch Daniela Wingert und Marcel Arndt von ESRI Deutschland sehen. Herzlich willkommen auch an Sie beide. Schön, dass Sie heute bei uns sind. Vielen Dank. Genau. Ja, wir haben heute ein ganz spannendes und auch, ja, ich würde sagen, ein bisschen spezielleres Thema. Und zwar geht es um Geodaten und Anwendungen. Also viele von Ihnen wahrscheinlich auch. Ich bin ganz gespannt, was da später auch noch für Fragen von Ihnen reinkommen. Aber viele Non-Profit-Organisationen auf der ganzen Welt nutzen bereits Geoinformationssysteme von ESRI, um Einsätze zu planen, um Teens vor Ort zu mobilisieren und, ja, das Lagebild zu überwachen und zu bewerten. Wie genau das Ganze aussieht, das bringen unsere beiden Expertinnen oder unsere Experte und unsere Experte Ihnen gleich unter anderem am Beispiel von des World Food Programms näher. Ja, kurz ein paar Worte zu den beiden. Und zwar die Daniela Wingert ist seit 2002 bei ESRI und seit 2016 ist sie Teamleiterin des Bereichs Bildung und Wissenschaft und seit 2019 auch verantwortlich für Non-Profit und Disaster Response. Und dann hat sie mitgebracht den Werkstudenten Marcel Arendt, der in ihrem Team arbeitet und, genau, gerade an der Beuth-Hochschule in Berlin Geoinformatik studiert und dann bald mit seiner Bachelorarbeit startet, bei der wir ihm natürlich ganz viel Erfolg schon mal jetzt wünschen. So, und damit wir gleich richtig ins Thema starten, übergebe ich die Bühne an Sie beide, freue mich, dass Sie da sind und schalte mich dann später wieder dazu, wenn wir zu den Fragen kommen. Jetzt erst mal viel Spaß. Ja, prima. Ganz herzlichen Dank, liebe Frau Pessler, für die freundliche Moderation und auch von meiner Seite noch mal ein herzliches Willkommen zu unserem Workshop heute virtuell zum Thema Geodaten und Geo-Anwendungen. Ehe wir so richtig loslegen, denke ich, wäre jetzt der richtige Zeitpunkt, dass wir vielleicht uns die Umfrageergebnisse anschauen, die Sie hoffentlich alle schon in großer Anzahl beantwortet haben, sofern Sie diese noch nicht beantwortet haben. Wäre es ganz klasse, wenn Sie jetzt noch schnell die Umfrage beantworten, weil das hilft uns dann letzten Endes auch, um vielleicht noch ein bisschen besser in dem Workshop auf einzelne Details einzugehen. Wenn Sie nämlich alle schon GIS-Profis sind, dann brauchen wir natürlich nicht mit den absoluten Grundlagen beginnen und deswegen helfen uns Ihre Informationen an der Stelle auch. Ich weiß nicht, ob man jetzt die Umfrage einblenden kann. Ah, okay. Vielleicht sehen Sie die gerade nicht. Ich schalte mich mal kurz auf dem Off noch mal hinzu, weil Sie Ihre Bildschirmpräsentation schon geöffnet haben. Ich habe das übertragen. Ich hoffe, die Teilnehmenden können es sehen und würde einfach einmal die Ergebnisse durchsprechen. Und zwar ist es sehr gut, dass Sie beide hier sind, denn 68 Prozent haben noch keine Kenntnisse von GIS. Okay. Genau. Acht Prozent kennen die Desktop-Version, zwölf Prozent online und weitere zwölf Prozent haben mit einem anderen GIS-Programm Erfahrungen bereits gesammelt. Wow, super. Da sind doch auch schon eine ganze Menge Menschen heute mit hier an Bord, die sich mit dem Thema schon beschäftigt haben. Das freut mich. Aber wir werden dann unsere Präsentation jetzt hier natürlich dann so aufbauen, dass wir hoffentlich alle mitnehmen können. Und ich danke dann schon mal für Ihre Teilnahme an der Umfrage. So, wie Frau Pessler schon berichtet hat, werden wir die Veranstaltung hier heute zu zweit durchführen. Gemeinsam vertreten wir ESRI. ESRI ist ein Software- und Technologieunternehmen, das Ihnen unterschiedlichste Werkzeuge zur Verfügung stellt, mit denen Sie Daten und Ihre Unternehmensinformationen bearbeiten, verarbeiten können und Ihnen räumlichen Kontext geben können. Was wir damit meinen, mit räumlichen Kontext, das wollen wir Ihnen dann gleich auch an einem konkreten Beispiel vorstellen. Wir haben uns das World Food Program ausgewählt. Im Anschluss wollen wir dann auf die Technologie eingehen, auf die ARKIS-Plattform, die wir für gemeinnützige Organisationen dort eben als sehr sinnvoll erachten. Wir wollen Ihnen dann zusätzlich Landkarten und Analysen nahe bringen, wollen das Thema Storytelling mit Ihnen besprechen, mithilfe der Storymaps eben seine Geschichten zu erzählen. Wir wollen das Thema Datenerfassung im Feld mit Ihnen ansprechen und das ESRI Non-Profit-Programm natürlich auch kurz vorstellen, dass Sie wissen, wie Sie all diese Möglichkeiten dann auch letzten Endes verwenden können. So, jetzt geht es auch weiter. Räumlicher Kontext, was meinen wir damit? Das möchten wir gerne am Beispiel des World Food Programms mit Ihnen durchsprechen. Das World Food Program haben wir deswegen ausgewählt, weil natürlich, Sie haben es hoffentlich alle gehört, es erfreulicherweise den Friedensnobelpreis in diesem Jahr gewonnen hat. Und als UN-Organisation ist das World Food Program eben hauptsächlich in Krisen- und Katastrophensituationen unterwegs und ist somit eigentlich auch repräsentiert, auch Tätigkeiten, die viele Non-Profit-Organisationen eben auch als Thema haben, neben den Umweltschutzthemen. Das World Food Program hat sich einer Mission verschrieben, nämlich den Hunger auf der Erde zu beseitigen und ein wesentlicher Schwerpunkt ist dort nämlich die Versorgung in Krisenregionen. In Afghanistan werden dazu auch Giz-Apps, Online-Apps verwendet, um eben dort vor Ort zu unterstützen. Und das macht insofern natürlich auch sehr großen Sinn, weil Afghanistan ein ganz spezielles Land ist mit ganz speziellen Gegebenheiten. Auch diese Gegebenheiten verstehen wir als räumlichen Kontext. Wenn Sie an Afghanistan denken, denken Sie vielleicht auch daran, dass zwei Drittel des Landes mit hohen Bergen belegt sind. Zwischen 4.000 und 5.000 Meter hoch sind dort eben zwei Drittel der Landesfläche. Zusätzlich haben wir in Afghanistan ein extremes Klima. Die Winter sind sehr kalt, sind schneereich. Die Frühjahre sind sehr nass. Es regnet viel und die Infrastruktur wird hier zum Teil dann natürlich auch entsprechend herausgefordert. Die Straßen sind zum Teil überschwemmt. Sie werden zum Teil dadurch auch zerstört. Und zusätzlich haben wir natürlich dort auch die Geschichte der vergangenen Jahre, der Krieg und die Sicherheitssituation, die zusätzlich dort eine Herausforderung oder viele Herausforderungen bergen. Zusätzlich in dieser Karte sehen Sie hier auch die Standorte des World Food Programms. Also hier diese kleinen roten Punkte, die Sie sehen können. Das sind alles Standorte für Depots und für Koordinatorenstellen, wo das World Food Program in Afghanistan tätig ist. Und von dort aus werden dann die Einsätze gefahren und Sie können sich vorstellen, dass solche Einsätze zu planen natürlich eine riesige Herausforderung sind. Und Geoinformationen, GIS hilft hier. Zum einen in der strategischen Planung. Das World Food Programme hat eine GIS-Abteilung und diese Abteilung erstellt strategische Karten, strategisches Planwerk. Hier sehen Sie zum Beispiel eine Karte, in der aufgezeigt wird, in welchen Regionen dann eben wie viele Menschen betroffen wären, wenn eine Krisensituation eintritt. Hier ein weiteres Beispiel, sehen Sie die Verteilung von der Gefahr oder der Möglichkeit, dass eben Lebensmittelknappheit und damit Hunger passieren könnte. Das sind zwei Beispiele, wie eben für die strategische Planung der räumliche Kontext verwendet wird. Kartenbasierte Reporting-Tools geben also Auskunft über die Situation, werden aber zusätzlich auch in anderen Themen verwendet, zum Beispiel im Wetter, im Terrain, in der Infrastruktur, bei Sicherheitswarnungen. Das sind alles Informationen, die genauso auch vom World Food Programme in der Karte dargestellt werden. Und all das spielt natürlich auch eine maßgebliche Rolle für die Einsatzkräfte vor Ort. Zusätzlich zum räumlichen Kontext spielt aber auch der zeitliche Kontext eine Rolle. Sie können sich vorstellen, die Informationen müssen sehr schnell zur Verfügung stehen und die Situation vor Ort ändert sich auch sehr schnell. Und hier gibt es Möglichkeiten, dass auch nahezu Realtime-Informationen eben auch zum Einsatz kommen können, indem die Personen vor Ort mit mobilen Geräten und mit Apps ausgestattet werden, mit denen sie sofort vor Ort Erkenntnisse erfassen können und diese dann in die GeoCloud übermitteln können und diese somit allen Usern zur Verfügung stellen. Das heißt, die koordinierenden Personen und die Planungspersonen können dann sofort aufgrund der neuen Gegebenheiten die Planungen für andere Mitarbeiter, die auch unterwegs sind, die auch Missionen haben, umplanen und entsprechend den aktuellen Gegebenheiten anpassen. Und darüber hinaus können auch in Afghanistan ist es der Fall so, dass Partnerorganisationen vor Ort auch mit diesen Informationen versorgt werden, sodass auch die Partnerorganisationen eben auf bestimmte Straßengegebenheiten oder Sicherheitsrisiken sofort hingewiesen werden. Und Sie können sich sicherlich gut vorstellen, dass all diese Informationen eben schnell zur Verfügung zu haben in einer Situation wie in Afghanistan eben extrem wichtig sind. Räumlichen Kontext, den ermittelt man mittels eben einem Geoinformationssystem, kurz GIS und Geodaten. Wenn wir von Geodaten sprechen, dann sind das beispielsweise Straßennetzwerke. Sie sehen sie hier in Grau dargestellt, mit denen man Routing-Informationen und Netzwerkinformationen verarbeiten kann. Geodaten können aber auch Höhenmodelle sein, die uns helfen, die Situation eben besser zu erkennen. In einem bewegten Land wie Afghanistan ist es natürlich oder in den Alpen auch ist das natürlich ein sehr wichtiges Thema. Es können Risiken als Geodaten zur Verfügung gestellt werden oder genutzt werden. Denken Sie an Hochwasserrisiko-Zonen, die hier zum Beispiel dargestellt sind oder es können natürlich auch Risiko-Zonen sein, wie Abgänge von Boden, ja Bodenerosion. Für so etwas gibt es alles Risikokarten, die verwendet werden können. Sie können sich vorstellen, sehr schnell wird das Thema Risiken natürlich interessant, wenn man sie kombiniert mit demografischen Informationen. Wenn man zum Beispiel fragt, ja wie viele Menschen wohnen denn tatsächlich in diesen Risiko-Zonen, dazu gibt es Geodaten, die die Personen, die Menschen vor Ort, die Anzahl der Haushalte bereits als Daten innehaben. Und die man dann verschneiden kann mit diesen Risiko-Zonen, um schnell herauszufinden, wie kann ich denn, wie viele Personen sind denn in einem bestimmten Raum. Demografische Informationen sind aber nicht nur für solche Fragestellungen interessant. Demografische Informationen kann man zum Beispiel auch für Fundraising-Zwecke nutzen. Solche Daten beinhalten nämlich neben der Anzahl der Personen und Anzahl der Haushalte auch die Altersverteilung oder die Kaufkraft. Das heißt, an der Stelle kann man eben sich Standorte heraussuchen, wo man ganz besonders eben die Personengruppen findet, die für das Thema auch interessant sind oder sich interessieren lassen. Ja, und letzten Endes, ein letztes Beispiel zum Thema Geodaten sollen dann noch die Standorte von Einsatzkräften zum Beispiel sein, die hier als kleine Punkte dargestellt sind. Diese Informationen sind natürlich von Ihnen, die kommen aus den Unternehmen und sind nur beispielhaft für viele weitere Daten, die Sie natürlich einbinden können. ARKIS Online ist dann die Umgebung, das WebGIS von ESRI, mit dem Sie räumlichen Kontext erstellen können, mit dem Sie die Geodaten eben verwenden können und sowohl die eigenen als auch die von außen hinzugezogenen. Mit ARKIS Online haben Sie eine Anwendung, mit der Sie Karten erstellen können, mit der Sie mit anderen Kolleginnen und Kollegen zusammenarbeiten können, Informationen austauschen können oder diese Informationen veröffentlichen können, teilen können. Sie haben die Möglichkeit, auf ARKIS Online Daten zu analysieren und mobile Anwendungen zu erstellen, die dann im Feld eben auch verwendet werden können. ARKIS Online ist eine Cloud-basierte Anwendung, das heißt, Sie arbeiten hier auch häufig browserbasiert. Sie ist sicher und geschützt. Sie haben eine Umgebung, in der eben nur Sie Zugriff auf Ihre Daten und Ihre Informationen haben und wird bereits vielfach in Unternehmen weltweit eingesetzt. ARKIS Online beinhaltet verschiedene Themen oder verschiedene Aspekte. Zum einen ist es eine komplette Location-Plattform. Sie hat verschiedenste Apps, die Sie verwenden können. Sie hat Content. Ich hatte eben gerade an Beispielen schon einigen Content, also Geodaten erwähnt. Sie hat Möglichkeiten, Analysen durchzuführen und sie bietet Möglichkeiten, um eben Karten zu visuellen Zwecken zu erstellen. Außerdem finden Sie Administrationswerkzeuge. Mit diesen Administrationswerkzeugen können Sie eben sicherstellen, dass jede Person an genau die Informationen kommt, die er eben auch erhalten soll, beziehungsweise können auch private Informationen eben nur einer begrenzten Anzahl an Personen zugänglich machen. Was tut ARKIS Online? Es verbindet. Es verbindet Nutzer. Es verbindet Organisationen. Am Beispiel World Food Program als Organisation werden eben die verschiedenen Nutzenden innerhalb der Organisation mit Informationen versorgt und verbunden. Und natürlich auch andere Netzwerkpartner, die auf diese Informationen zugreifen können. Wie wird es benutzt? Zum einen natürlich erstmal, indem ein, wir nennen es Location Enablement, also die Verortung der Informationen auf der Karte passiert. Dass diese Informationen ausgetauscht werden vom Wo, dass man Analysen durchführen kann und diese Ergebnisse der Analysen zur Entscheidungsfindung verwenden kann. Anwendungen, die wir Ihnen heute jetzt auch in einer Live-Demonstration vorstellen wollen, sind alle basierend auf ARKIS Online. Und zum einen ist das die ARKIS Online Web Map. Das ist die browserbasierte Oberfläche, mit der Sie Karten erstellen können, mit der Sie Daten analysieren können. Als nächstes wollen wir Ihnen die mobile App vorstellen, die es gleichzeitig aber auch als browserbasierte Anwendung gibt. Das ist ARKIS Survey 123. Das ist die Anwendung, mit der Sie mobile Daten erfassen können und diese Daten eben sofort speichern, zurückspeichern können. Und mit der Sie dann eben auch mit Menschen zusammenarbeiten können. Als nächstes wollen wir Ihnen das ARKIS Operations Dashboard vorstellen. Das ist die Anwendung, die häufig in Lagezentren, in Krisenstäben zu Monitoringzwecken verwendet wird, weil es schnell eine Vielzahl an Informationen abbildbar macht. Und diese ist dann eben auch zu Informationszwecken grundsätzlich geeignet. Man kann das also auch natürlich der Allgemeinheit zugänglich machen. Und last but not least wollen wir Ihnen die ARKIS Story Maps vorstellen. Das sind die Anwendungen, mit denen Sie Ihre Geschichte erzählen können, in denen Sie interaktive Karten einbinden können, in denen sich die Nutzerinnen und Nutzer selbst dann auch navigieren können. Das können Sie anreichern mit Bildern und mit Videos. Sie können es anreichern mit Texten und somit dann eben auch Ihre Geschichte oder Ihr Projekt dann eben spannend vorstellen. So, und dann gehen wir jetzt von der Theorie weg und schauen uns das Ganze tatsächlich live an. Und dazu würde ich total gerne an meinen Kollegen Marcel Arendt übergeben. Marcel, los geht's. Ja, vielen, vielen Dank. So, ich mach mal kurz hier auch noch die cleane Variante. So, vielen Dank. So, wir schauen uns jetzt eine Live-Demo an. Ich werde jetzt eine Live-Demo vorführen. Und wir befinden uns jetzt schon auf der Startseite von ARKIS Online. Und wenn wir jetzt weiterklicken, ich skippe mal die Anmeldung, sind wir jetzt hier dann in unserem Startbildschirm. Und was wollen wir uns jetzt die nächsten 20, 25 Minuten anschauen? Ich habe da einiges vorbereitet. Wir haben zwei regionale Demos oder Beispiele, die ich Ihnen zeigen möchte. Wir haben hier oben schon einige Tabs. Wir werden uns heute größtenteils nur mit dem Inhalt und der Karte beschäftigen. Und darüber hinaus gibt es hier noch die neun Punkte, worüber die App-Anwendungen, die Ihnen gerade meine Kollegin auch schon gezeigt hat, wie zum Beispiel hier Survey oder Story Maps oder das Dashboard. Darüber werde ich Ihnen auch noch gleich noch was erzählen. Und genau, hüpfen wir doch direkt mal rein. Wir haben jetzt hier unsere Inhaltsplattform. Da haben wir jetzt hier auf dem Tab, befinden wir uns hier in den eigenen Inhalten. Da kann man schon, wie gesagt, Sachen selbst hochladen aus eigenen Daten. Man kann die Karten erstellen. Hier befinden sich Story Maps und die Apps. Und darüber hinaus ist es natürlich nicht nur, dass wir unsere eigenen Daten hier in Karten darstellen können, sondern, was auch sehr besonders bei Esri ist, wir bieten auch noch eine große Anzahl an Open Data, also frei verfügbare Daten Ihnen zur Verfügung. Und da kann man hier schon mal sehen, man kann hier Traffic-Data reinladen. Man kann hier alle möglichen großen Sachen. Wir können einfach mal Berlin eingeben und sehen dann auch, dass man hier Daten von der Berliner Mauer, Bezirke, Baumkataster, alles etc. Könnte man alles for free einfach in die Karte reinladen und damit eigene Daten. Man kann damit dann die analysieren, die Analysen durchführen und so weiter und so fort. Und wir hüpfen dann auch wieder zurück in den eigenen Inhalt. Weil das erste Beispiel befasst sich damit, dass wir die Feuerwehrdaten von Bonn reinladen wollen, weil wir haben ja zufälligerweise die Koordinaten, aber auch die Adressen, denn das ist beides möglich. Und dieses macht man mit einer Art CSV-Tabelle. Zeige ich Ihnen hier mal. Und über so eine Art CSV-Tabelle, das ist eine Art Excel-Form. Und über diese kann man dann Daten in Arcus Online reinladen. Dafür könnte man zum Beispiel die beiden Koordinaten hier, Latitude und Longitude benutzen. Da ist egal, man kann da UTM, Minute, Sekunde, alles Mögliche. Arcus Online erkennt da alles. Oder man benutzt Adressen, da reicht eine Straße und eine Postleitzahl oder ein Ort noch dazu. Und dann kann man, würde Arcus Online das auch schon erkennen. So, genau, das schließen wir jetzt. Und jetzt wollen wir das mal hinzufügen. Da oben geht man dann auf Element hinzufügen von Ihrem Computer und dann wählen wir die Datei aus. Da habe ich hier oben nämlich die Bonner Feuerwehr als CSV. Und wenn man die schon reinlädt, sieht man, okay, Arcus Online erkennt schon den Titel. Als nächstes kann man noch so ein Tag hinzufügen. Das ist so eine Art Schlagwort, worüber man den Datensatz schneller finden würde. Da nehmen wir mal Stifte helfen. Und hier unten sieht man noch kleine Informationen, dass zum Beispiel Koordinaten sind. Haben die schon selbst erkannt und nicht Adresse oder Orte. Das ist hier um Longitude ist der Längengrad. Longitude der Breitengrad hat es auch schon direkt erkannt. Und dann kann man das auch schon hinzufügen. Genau, da wartet man kurz ein bisschen. Und wenn es geladen hat, hat man dann hier die Elementdateils. Hier kann man eine Beschreibung oder so hinzufügen. Aber darüber befassen wir uns nicht. Nämlich wir wollen es jetzt erstmal direkt in der Karte öffnen. Darüber gehen wir dann hier in den Map Viewer. Jetzt gehen wir in unsere Webkarte, in unsere Webmap, die meine Kollegin gerade auch schon erzählt hat. Und wenn wir darauf klicken, befinden wir uns auch direkt drinnen. Und jetzt schon die erste coole Sache an Arcus Online, nämlich hier den Style. Der wird nämlich direkt automatisch hinzugefügt. Wir haben jetzt nur ein zufälliges Attributfeld ausgesucht, nämlich den Namen. Aber man muss jetzt nicht mühsam jedem Namen irgendwie ein eigenes Symbol geben, sondern das macht Arcus Online von alleine. Genau, aber wir wollen jetzt erstmal uns nur die Positionen anzeigen. Und dann kann man hier in den Einzelsymbolen, bei den Symbolen hier mal schauen. Und man sieht, Arcus Online hat auch eine große Verfügbarkeit, was man jetzt hier auswählen könnte an Symbolen. Und dann nehme ich mal hier so ein rotes Firefly, mache das mal ein bisschen größer, weil das passt ja zu unseren Feuerwehrwachen. So, und schon haben wir unsere ersten Punkte drinnen. Die werden auch genau, also auf den Punkt genau, wenn man Koordinaten eingibt oder Adressen, verortet. Und jetzt könnte man auch auswählen, weil ich finde, unsere Punkte gehen jetzt hier ein bisschen in der topografischen Karte unter. Gibt es hier auch noch eine Vielfalt an Hintergrundkarten, die man auswählen könnte, wie zum Beispiel Bilddaten oder OSM-Daten. Und ich finde gerade die hellgraue Hintergrundkarte super, weil somit sehen wir jetzt hier unsere Punkte noch ein bisschen deutlicher. So, und jetzt schauen wir mal auf die linke Seite. Nämlich hier haben wir unseren Inhalt, unsere Content-Spalte und hier auch unseren Layer. Wenn wir jetzt hier mal so ein bisschen rüber hovern, sieht man, öffnen sich hier so kleine Symbole. Hier kann man entweder die Legende sich anschauen, man kann sich die Daten noch mal genauer anschauen, was da eigentlich alles drin ist in unserem Datensatz. Den Style haben wir gerade eben schon geändert. Filtern kann man oder jetzt, wie Daniel schon angesprochen hat, das analysieren. Nämlich hier wollen wir jetzt unsere allererste Analyse durchführen. Wenn wir hier raufklicken, sehen wir hier schon eine große Auswahl. Man könnte jetzt irgendwie Daten zusammenfassen, Positionen suchen. Da können Sie sich dann gerne noch ein bisschen durchklicken. Da gibt es auf jeden Fall große Auswahl. Für die, die die Desktop-Version kennen, ist es nicht so umfangreich, aber es hat schon das Wichtigste drin, was man da drin haben möchte. Wir beschäftigen uns erst mal mit einer Nachbarschaftsanalyse. Denn ich habe mir folgendes Szenario ausgedacht. Nämlich eine Feuerwehr muss ja in ihrem Bereich oder in ihrem Landkreis in acht Minuten eigentlich jedes Haus erreichen können. Und da will ich gerne mal wissen, schafft es Bonn eigentlich? Ist Bonn eigentlich, hier wollen wir jetzt hier im Umkreis sehen, kann da jede Feuerwehrwache in acht Minuten ganz Bonn abdecken? Dafür nehmen wir das Fahrzeitgebiet erstellen. Nämlich könnte jetzt, könnte man hier auswählen, eine Gehzeit oder eine Fahrstrecke und so weiter und so fort. Und da wählt man dann hier die acht Minuten aus. Könnt hier dann noch eine Uhrzeit irgendwie besonders festlegen, falls man, weiß ich nicht, wissen möchte, wie schnell komme ich im Stau eigentlich voran. Und genau, wir wollen weg von der Einrichtung. Wir wollen das überlappt, weil das für die nächste Analyse wichtig. Als nächstes wählt man dann hier noch einen guten Namen aus. Ich lasse das mal jetzt so, da kann man noch irgendwas, wo man es schneller irgendwie findet, dann auswählen. Und genau, als nächstes wählt man hier dann noch seinen Speicherort aus. Und bevor man jetzt auf diesen verführerischen blauen Button hier drauf drückt, müssen wir noch zwei kleine Punkte hier beachten. Die sind zwar ein bisschen zu klein, aber dafür sind sie ziemlich wichtig. Nämlich wir haben hier einmal so eine aktuelle Kartenausdehnung verwenden. Das wird gerne mal übersehen, aber es ist unglaublich wichtig. Nämlich das bedeutet, dass man hier nämlich Kartenausdehnung, das was man hier sieht, das wird auch analysiert. Nämlich, wenn wir jetzt so ein bisschen räumlich filtern wollen, kann man hier reinzoomen, man hat den Haken an und dann würde jetzt nur die vier Feuerwachen hier analysieren. Um das zu umgehen, wenn man sagt, ich möchte die Airless analysieren, kann man es auch einfach ausklicken und dann würde er eh alle Datensätze, die sich hier in dem Layer befinden, analysieren. Als nächstes gibt es hier noch ein Credit-System. Das ist ein Arcus Online, das ist unsere Online-Währung quasi. Und darüber kann man sich anzeigen lassen, wie viel würde so ein Datensatz kosten. Und keine Sorge, Sie kriegen eine bestimmte Anzahl an Credits von uns zur Verfügung. Und wenn man es so ein bisschen umrechnen möchte, so eine Analyse von 10 Credits würde 1,50 Euro kosten. Das ist jetzt aber auch eine eher der teureren Analysen. Ich werde Ihnen gleich im Anschluss noch eine günstigere Analyse zeigen und diese noch alle eher in dem Bereich von der nächsten Analyse. Also Fahrzeuggebiet ist wirklich einer der teuersten. Aber keine Sorge, ich drücke mal jetzt hier auf Analyse durchführen. Nämlich, ich habe das aber schon alles gemacht, deswegen wir müssen jetzt nicht warten, bis die Analyse fertig ist. Nämlich so würde es aussehen. Und Sie müssen sich keine Sorgen machen. Sie haben jetzt vor allem mal jetzt hier so ein Layer dafür Credits ausgegeben. Aber dieser Layer landet dann auch in Ihren eigenen Inhalten. Sprich, Sie können ihn immer und immer wieder verwenden. Der ist jetzt nicht weg, nachdem wir diese Karte irgendwie weggemacht haben. Den können Sie auch in anderen Karten öffnen. Da müssen Sie sich keine Sorgen machen. Genau. Und jetzt sehen Sie, haben wir hier unsere Analyse erstellt. Und das ist unser Fahrzeuggebiet. Und man sieht jetzt auch schön hier, dass es über die Geschwindigkeit auch, dass die Geschwindigkeit auch mit einberechnet wird. Nämlich über die Schnellstraßen sind hier kleine Ausreise, sodass es da immer ein bisschen schneller geht. Genau. Und jetzt, wo wir das geschafft haben, haben wir unser erstes Polygon hier. Und mit der wollen wir mal die nächste Analyse schaffen. Als kleine Auswertung uns jetzt hier leicht in manche Bereiche würde nicht rankommen. Aber wenn man die topografische Karte sich noch mal in den Hinterkopf ruft, sind hier auch Weitgebiete und keine Straßen. Sprich, die werden da natürlich nicht mit einberechnet, wenn wir nur die Straßen damit berechnen. Sprich, es sieht schon mal ganz gut in Bonn aus. Allerdings wollen wir noch wissen, wie ist es eigentlich, wenn wir da einen Innenstadtbereich haben. Haben wir da eigentlich dann, sind es zu viele Haushalte auf unseren für einzelne Feuerwehrwachen? Und dafür nehmen wir jetzt die nächste Analyse. Nämlich, meine Kollegin hat ja gerade schon erzählt, man kann jetzt die Daten auch anreichern. Wenn die zum Beispiel wissen wollen, hier genau, Datenanreicherung, Layer anreichern. Und da wird jetzt hier der Layer ausgewählt. Und jetzt ist hier, wie so ein bisschen bei Zalando, kann man hier seinen Warenkorb so ein bisschen füllen. Man kann hier so ein paar coole Daten dann auswählen und da gehen wir immer auf Variable auswählen. Und da sehen wir jetzt hier auch schon unsere Auswahl, was wir hier auswählen können. Und meine Kollegin hat ja gerade schon erzählt, wenn man zum Beispiel für seinen Bereich wissen möchte, in bestimmten Altersgrenzen macht es mehr Sinn, da seine Umfragen oder so umzuführen. Da kann man dann hier rauf gehen und kann sich anschauen, die Population zwischen 0 und 14 oder plus 60 und kann dann mit den Daten unsere Polygone quasi anreichern und schauen, wo macht es am meisten Sinn, irgendwie eine Umfrage um durchzuführen zum Beispiel. Aber was uns jetzt interessiert in unserem Beispiel ist, wie viele Haushälte muss jede Feuerwehr eigentlich erreichen. Da klicken wir dann hier rauf, kriegen dann unsere Variable hier in Warenkorb und übernehmen das dann auch. So, jetzt können wir hier uns wieder einen gescheiten Namen auswählen und als nächstes können wir das wieder anmachen oder ausmachen. Wir sehen ja eigentlich alles, also können wir das Häkchen noch drinnen lassen und gucken uns jetzt mal die Credits an. Und jetzt sieht man schon, so eine Analyse würde jetzt nur 0,1 Credit kosten hier, also eigentlich gar nichts. Und genau, dann am Ende 0,23 Credit und jetzt können wir auch schon die Analyse abfeuern. Und auch hier wollte ich nicht, dass wir zu lange warten, weil das dauert ungefähr so 2-3 Minuten, aber wir haben jetzt hier ein striktes Programm, sehen Sie hier oben schon, deswegen klicke ich mal hier schnell an. Und man sieht jetzt hier, das wird auch in so einem Lila angezeigt. Und wir wollen aber natürlich schon auch sehen, symbolmäßig, jetzt sieht man schon, als wäre die andere Analyse schon fertig. Cool, die brauche ich jetzt aber nicht. So, und jetzt sehen wir hier schon, könnte man auch noch einen Style da ändern. Weil wir sehen jetzt hier so einen kleinen Haufen von lila überlappenden Teilen, aber wollen ja wissen, okay, wo ist eigentlich, wo sind die meisten Haushälte? Und jetzt wählt man hier sein Attribut aus und das wurde jetzt hier hinzugefügt, das 2020 Total Haushalt. Wenn ich jetzt hier raufklicke, führt das schon automatisch die Symbolisierung schon durch. Jetzt könnte ich hier noch eine andere Füllung auswählen, wenn ich zum Beispiel möchte, dass es so von weiß auf braun irgendwie übergeht. Dann kann man auf OK und Fertig drücken und hat dann hier schon mal eine kleine Analyse durchgeführt und kann schon mal das Ergebnis ein bisschen visuell sich anschauen. Aber wie sieht es von den Daten aus? Dafür kann man die Attributtabelle öffnen, ganz ans Ende klicken und mal die Daten aufsteigend sortieren. Dann hat man wieder am Anfang, kann man wieder nach hinten, kann man es angucken. Teilweise müssen Feuerwehrwachen nur 7500 Haushälte sich anschauen, andere wiederum müssen sich 97.000 Haushälte angucken. Also sieht man schon, ist ein großer Unterschied. Und was machen wir jetzt mit den Ergebnissen? Es war schön, dass wir es in der Karte haben, wir wollen es natürlich auch richtig schön darstellen. Dafür haben wir jetzt unsere allererste App, nämlich die StoryMap. Und wie Tendrisch und meine Kollegin schon gesagt haben, das Storytelling. StoryMap kann man sich so ein bisschen vorstellen, es sieht so ein bisschen aus wie WordPress, aber ist auch cooler als WordPress. Kann man auch sagen, es ist vielleicht auch PowerPoint, aber ist auch einiges cooler als PowerPoint. Nämlich hier sehen wir jetzt unser Startbild und unseren Titel. So und jetzt können wir ein bisschen runterscrollen. Und das Coole ist nämlich jetzt hier, wir können unsere Karten einbinden. Wir sehen jetzt hier unsere Analyse, die wir gemacht haben mit dem Fahrzeitgebiet. Und das ist nicht nur so ein einfaches Bild, sondern man kann jetzt auch hier reinzoomen, kann die Karte bewegen in der Story, man kann auf den Datensatz raufklicken und sich die Information noch mal genauer anschauen, was da eigentlich hintersteckt. Darüber hinaus können wir uns auch noch Videos anschauen, wie zum Beispiel, wie schnell kann sich ein Feuerwehrmann eigentlich anziehen. Kann man dann auch noch darin eine Information füllen, weiteren Text, die Fragestellung. Man kann auch die Datensätze mittels eines Sidecasts so ein bisschen verschwinden und einen Datensatz reinzeigen und so einen kleinen Vergleich damit schaffen, wie das eigentlich aussieht. Genau, das war so meine erste Demo. Wir haben jetzt ein bisschen gesehen, die Power of GIS, also wie man die Analysen durchführt, wie man sie anwenden kann und wie man sie richtig schön präsentieren kann. Und wir hüpfen jetzt noch schnell zu unserer zweiten Demo. Nämlich hier habe ich mir ausgedacht, wir sind jetzt hier in Charlottenburg, ein Bezirk in Berlin und wir haben jetzt hier Seewachen. Jemand, der die Beobachtung auf dem See quasi guckt, ob das niemand ertrinkt oder so. Genau, und da haben wir jetzt hier unsere Karte und unsere Seelen hervorgerufen und wir sind jetzt quasi die Mitarbeiter oder Arbeiter von der Seewache und wollen mitteilen, wann an welchem Tag wir arbeiten. Wir finden uns hier gerade beispielhaft an dem Mittwoch hier von dem Kartentag und wie machen wir das am besten? Wie sagen wir unserem Chef am besten, wo wir und wann wir arbeiten? Und dafür haben wir eine andere App und das ist die Survey123-App. Wie meine Kollegin schon erzählt hat, damit kann man super im Feld arbeiten. Man kann Daten in die Karte quasi hinzufügen und eine Kartierung vornehmen. Um einfach mal zu zeigen, wie leicht es eigentlich funktioniert, unsere Apps zu benutzen, weil wir haben jetzt hier so ein bisschen gesehen, oh, das weiß ich ja gar nicht, ob ich das könnte. und man braucht da wirklich nicht viel Verständnis für, nämlich man kann hier in dem Ausweis so ein Baukastenprinzip, kann man zum Beispiel, ich will noch ein Bild drin haben, klicke ich aufs Bild, heißt es drin, kann auch Namen auswählen, wir könnten auch noch ein Datum hinzufügen. So leicht geht es einfach so ein Survey zu erstellen. Und da habe ich jetzt zum Beispiel noch einen vorbereitet, nämlich wir haben ja gerade gesehen, hier oben so ein ziemlich großer See, hat noch gar keine Seewache am Mittwoch. Und das wollen wir ja mal ändern. Und um einfach mal zu zeigen, wie cool das ist, dass diese Karte verknüpft ist mit dem Survey, können wir hier einfach mal einen Namen auswählen. Zum Beispiel, ich bin der Paul, ich möchte in Charlottenburg, man könnte jetzt auch generell für andere Bezirke das machen, aber ich arbeite in Charlottenburg. Ich zoome mal kurz hier in Berlin rein in der Karte. Und wie haben wir gerade gesehen, in Charlottenburg ist da so ein bestimmter See und das ist nämlich der Jungfernheideteich. Da klicke ich mal rauf und hier ist so ein cooles Feature, wenn man das mit den Koordinaten verbindet, hüpft der Punkt auch direkt darauf. So, jetzt sage ich, arbeite an einem Mittwoch. Und das ist dann zum Beispiel der 14. Ich arbeite von 11 bis, sagen wir nicht weniger, zum Beispiel bis 16 Uhr und klicke auf Senden. Jetzt haben wir unseren Datensatz abgeschickt. So, jetzt haben wir hier unsere Karte. Und wenn wir das mal aktualisieren, sehen wir, der Punkt ist jetzt hier hinzugefügt. Schon haben wir unsere Wachen quasi eingefügt und der See ist jetzt auch besetzt. Und das war cool. Schön, unser, wir wissen jetzt, wann wir arbeiten. Aber wäre ja auch cool, wenn wir das in die Öffentlichkeit teilen könnten. Und dafür haben wir auch noch eine Web-Anwendung. Die zeige ich jetzt mal ganz schnell noch kurz. Können wir hier noch auf OK drücken. Haben wir hier unsere Karte. Und diese Karte, das ist immer ein Web-App-Bilder. Sprich, das ist unglaublich cool. Das kann man auf mobilen Devices sich anschauen. Sprich, auf seinem Handy oder sein iPad, weil man unterwegs ist. Kann man den Link einfach teilen an andere und sich anschauen. Immer nach dem heutigen Tag. Wo und wann ist welcher See besetzt. Ich kann hier raufklicken. Sehen, OK. Heute ist Mittwoch. Ach, die Jasmin ist heute da von 10.30 bis 18 Uhr. Super. An den See kann ich an heute mal gehen. Und eine weitere Anwendung, um noch auf die letzte zurückzugehen, ist das Dashboard. Da hat meine Kollegin ja auch gesagt, das ist fürs Monitoring da. Und hier kann man zum Beispiel, wenn jetzt der Vorstand ist, sich einfach mal anschauen, OK, wie ist über die Woche der Arbeitsplan so belegt. Wann arbeitet eigentlich die Jasmin? Wann arbeitet der Hans? An welchem Tag? Und an welchem See kann man sich auch noch anschauen. Und genau. Das ist soweit unsere Live-Demo gewesen. Und jetzt gebe ich wieder zurück an meine Kollegin, die Frau Wingert. Ja, vielen Dank, Marcel. Natürlich kann man zusätzlich sich auch als Vorstand oder als Koordinator dort schlau machen, ob auch an jedem Tag für jeden See dann ein Lifeguard, ein Rettungsschwimmer vor Ort ist und dass man im Zweifelsfall dann eben für einzelne Tage oder einzelne Seen auch noch mal dann schnell die Werbetrommel rühren könnte. Das hat jetzt der Marcel eben nicht so gezeigt, ist aber natürlich genauso möglich. So, kurzer Blick auf die Uhr. Wir sind noch ganz gut in der Zeit. Und meinen Bildschirm sieht man hoffentlich auch wieder. Marcel, du darfst gerne nicken. Ich sehe dich, wenn du es siehst. Danke. Ja, das, was der Herr Arendt uns eben gezeigt hat, sind eben verschiedenste Möglichkeiten, wie man in der Geocloud, in ACIS Online eben auch Analysen durchführen kann, visualisieren kann oder Informationen teilen kann. Und was brauchen Sie dafür, um das eben auch umzusetzen? Ganz einfach, Sie brauchen ACIS Online, dass Sie über Stifter helfen, auch als IT-Spende erhalten können. Sie haben die Möglichkeit, dort mit dem ACIS Online Creator einen User zu beschaffen, der genau diese Funktionen eben auch beinhaltet, dass Sie eben Karten erstellen können, Geodaten nutzen können, auf Sie zugreifen können, Analysen durchführen können und so weiter und so fort. Sie arbeiten dann in einem geschlossenen Raum, in dem nur Sie dann eben Zugriff haben und haben dann die Möglichkeit, mit diesem Creator auch Inhalte zu erstellen, die Sie dann eben über die verschiedensten Möglichkeiten, die Herr Arendt uns eben gezeigt hat, auch veröffentlichen können. Ja, so mit einem User können Sie dort eben starten. Und Sie haben natürlich die Möglichkeit, wenn Sie dort mit mehreren Personen arbeiten, auch mit mehreren User dort eben zu beziehen und diese dann eben in einer Subskription, nennen wir das, in einer Subskription dann eben gemeinsam arbeiten zu lassen. Diese ACIS Online Lizenz oder die Subskription der User beinhaltet 1000 Credits. Herr Arendt hat ja eben schon mal kurz das Thema Credits mit auf die Agenda gebracht, deswegen hier kurz diese Ergänzung. 1000 Credits sind also in ACIS Online mit dabei. Für diejenigen, die ACIS Desktop schon im Einsatz haben, auch da ist ein ACIS Online Creator mit dabei und 100 Credits schon mit dabei. Also gerne die 8% Desktop Nutzerinnen und Nutzer, die hier schon mit dabei sind, probieren Sie gerne auch das ACIS Online darüber schon aus. Ja, wenn Sie natürlich etwas üben möchten und erst mal sich einen besseren Eindruck selbst verschaffen möchten, haben wir natürlich auch Online-Lernplattformen, in denen Sie mehr über die Anwendung lernen können. Zum einen möchte ich da auf learn-acgis.com hinweisen. Hier haben Sie die Möglichkeit zu filtern nach dem Produkt, was Sie eben auch erlernen möchten. Hier ACIS Online und dann kommt eine ganze Reihe an unterschiedlichsten Trainings, die zur Verfügung stehen. Und da schauen Sie einfach, was Sie gerade am meisten interessiert. Ist es eben eher die Visualisierung auf der Karte oder möchten Sie dort etwas veröffentlichen? Das ist alles ein kleines Päckchen verpackt. Alternativ, wer Videos gerne mag, dem möchten wir auch gerne unsere Tutorial-Videos ans Herz legen, die wir eigentlich für Lehrerinnen und Lehrer erstellt haben, damit Sie GISS eben auch in Schulen nutzen können. Aber es ist auch eine wunderbare Möglichkeit, um das für die gemeinnützigen Tätigkeiten zu erlernen. Hier haben wir die Serie Nummer 1, die sieben ersten Schritte mit ACIS Online selbst, also auf der Karte auch arbeiten. Und den Link werden Sie dann finden in der PowerPoint-Präsentation, die Sie dann im Nachgang auch finden oder erhalten werden. Es gibt auch weitere Tutorial-Videos, die wir erstellt haben zum Thema Analysieren oder auch zum Thema Storymaps. Das sind dann immer so kleine Häppchen, zweieinhalb bis drei Minuten läuft im Allgemeinen ein Video und dann haben Sie eine Lektion geschafft. Also sehr, sehr gerne bitte auf diesen Link dann später klicken und einfach sich da mal selbst durchprobieren. So, sollten Sie im Nachgang Fragen haben, können Sie mich gerne erreichen per E-Mail. Sie finden mich auch auf Twitter, auf LinkedIn. Wir haben einen Education-Blog des GISS IQ. Auch dort können Sie gerne mal vorbeischauen. Es gibt also vielfältige Möglichkeiten, uns im Nachgang zu erreichen. Wenn ich das jetzt richtig sehe, gibt es aktuell im Chat von Ihnen noch keine Fragen. Das können Sie jetzt gerne noch ändern. Ansonsten würde ich Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit danken und würde Sie einladen, uns noch mal Ihr Feedback zu geben. Wir haben nämlich noch mal eine kleine Umfrage für Sie vorbereitet, die Frau Pessler Sie hoffentlich jetzt starten würden. Wunderbar. Ja, ich schalte mich auch noch mal kurz mit dem Ton dazu. Kann auch eigentlich mit der Kamera dazukommen, weil ich ja auch gleich mich um die eventuell noch reinkommenden Fragen kümmern werde. Genau. Also, die Frage, welche der gezeigten Anwendungen ist für die Aufgaben in Ihrer gemeinnützigen Organisation von Interesse? Oha, da sehe ich gleich einen kleinen Tippfehler. Ich hoffe, den verzeihen Sie mir. So, und dann haben Sie vier Anwendungen zur Auswahl. Wählen Sie ruhig fleißig, klicken Sie an, was für Sie von Interesse ist. 22 Prozent der Teilnehmenden haben bislang mitgemacht. 30. Genau. Also, 41. Da, Sie machen fleißig mit. Geben Ihnen noch eine Minute. Oh, jetzt sind wir schon bei der Hälfte. Wunderbar. 60 Prozent. Für alle, die noch nicht abgestimmt haben, stimmen Sie gerne jetzt noch ab. Dann werde ich gleich die Umfrage wieder schließen. Und, genau, so. Da tut sich gerade nicht mehr viel. Also, würde ich mal sagen, drei. Ah, doch, geht noch ein bisschen was. 70 Prozent haben abgestimmt. Dann drei, zwei, eins. Und dann schließe ich die Umfrage und übertrage einmal die Ergebnisse. Frau Wingert, können Sie die jetzt sehen? Nein, ich sehe Sie leider nicht. Okay, alles klar. Dann gebe ich mir mal größte Mühe, die Namen richtig auszusprechen. Aber das geht ja. Und sage Ihnen einmal, also, wir haben hier einen, ich würde mal sagen, ziemlich klaren Sieger, in Anführungsstrichen. Und zwar ist das die Webmap mit 74 Prozent. Auf dem zweiten Platz folgen die Storymaps mit 53 Prozent. Und dann haben wir einen Gleichstand zwischen Survey 123 oder 123 und den Operations im Dashboard mit jeweils 37 Prozent. Genau, so. Ja, super. Das, dann ganz herzlichen Dank für Ihre Antworten, dass Sie da jetzt bei der Umfrage auch nochmal so fleißig mitgemacht haben. Und mit der Webmap haben Sie natürlich auch die Analyse- und Visualisierungsmöglichkeiten, mit denen Sie dann auch in alle möglichen anderen Apps abspringen können. Also, superwahl. Dann bleibt mir jetzt einfach nur nochmal zu sagen, also, wenn Sie im Nachgang noch Fragen haben, melden Sie sich gerne bei uns. Und Frau Pessler, ich würde sagen, wir machen dann einfach Feierabend und schicken alle ins Mittagessen hoffentlich. Genau, das können wir gerne gleich machen. Genau. Und vorher würde ich aber, weil eine Frage habe ich hier tatsächlich reinbekommen von einer Teilnehmerin, die würde ich einmal kurz sehr gerne teilen. Und zwar ist das eine Frage zum Datenschutz. Und zwar, wie stellt sich bei sowas der Datenschutz dar, wenn ich in einem anderen Land erhebe? Welches Datenschutzgesetz gilt denn dann? Oh, das ist natürlich eine sehr spezifische Frage. Also, grundsätzlich würde ich dazu erstmal sagen, dass ESRI mit ARKIS Online weltweit operiert und jeweils dann für Regionen auch spezielle Datenschutzbestimmungen natürlich berücksichtigt, dort wo operiert wird. Und wenn das für einzelne Länder dann eben besonders interessant ist, sollte man sich dort auf der trust.argis.com-Seite ruhig nochmal schlau machen. Dort ist alles sehr, sehr genau dokumentiert, wie ESRI im Datenschutz operiert. Und der allerwichtigste Punkt, den ich hier an der Stelle nochmal ganz klar hervorheben möchte, ist, dass ESRI eben tatsächlich auch Technologieanbieter ist, Giz-Technologieanbieter und mit den Daten selbst, die sie eben dort einstellen, auch nichts tut. Weil das ist nicht anders als bei Google zum Beispiel nicht unser Geschäftsmodell. Das heißt, wir stellen dort wirklich alle Kräfte und alle Hebel setzen wir in Bewegung, dass diese Daten eben auch entsprechend der Datenschutzbestimmungen geschützt sind. Alles klar, vielen Dank. Gut, dann stimme ich jetzt zu, dass wir uns auf dem besten Wege in Richtung Mittagspause bewegen können, auf jeden Fall. Vielen Dank an Sie beide für diesen theoretischen und praktischen Einblick in Ihre Programme. Und ja, vielen Dank an alle Teilnehmenden, dass Sie dabei waren, dass Sie zugehört und zugeschaut haben. Und vielleicht entscheiden Sie sich ja für das ein oder andere der Anwendungen. Und ja, dann wünsche ich Ihnen allen noch einen schönen Tag und vor allen Dingen, bleiben Sie alle gesund. Auf ganz bald, machen Sie es gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.